so leute jetzt gibt es best of paluten und glp es klingelt an der tür von best of paluten lasst auf jeden fall ein abo da lasst ein like da und wir legen direkt los oh es klingelt an der tür jetzt schält es bei mir auch noch nein jetzt schält hier schon wieder jemand sag mal was ist denn los bei dir das sieht ganz interessant aus so besser auf paluten es klingelt an der tür hier ja nicht ganz leider nicht da war und zwar ist doch hier mega viel platz ist klingelt an der tür warte hallo was denn wo bist du denn bei deinem haus bei meinem haus unsere wunderschöne minecraft fluchtwelt also muss ich sagen da habe ich mich habe ich mich immer richtig heimlich gefühlt sagt man es so heimlich heimisch ich weiß es nicht der ist ja drin gespawnt scheinbar warum ist da gerade links ist gerade ein vieh runtergefallen und gestorben nein das hat glaube ich es klingelt an der tür nicht schon wieder in der zeit leute handel ich war mit den villagers und tun ein paar schmaukte hallo hallo die autogramm karten sind gerade angekommen 7.000 autogramm karten die ich in den nächsten tagen unterschreiben du bist so ein das kann ja nicht wahr sein es klingelt an der tür oh ey das war so nervig das war kurz zur erklärung für die leute die es vielleicht nicht mitbekommen haben da war paluten grg am start allerdings kam dann plötzlich der postbode und das hat alles rein ich hätte es glaube ich sonst geschafft das ist doch ein schmerz alter es kann doch jetzt nicht mitten mitten in der übertrieben wichtigen phase die person ist auch halb ausgerastet let's go ja ich hätte mir jetzt die axt die axt paletto jetzt klingelt wahrscheinlich auch gleich wieder an der tür weil der postbode da ist scheiße 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 grau grün hat es den anderen gerade zerrissen nee 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 sorry jetzt klingelt es klingelt nein ey das war echt eine sekunde das war so nein mein bett grün türkisch scheiße ach komm ich weiß nicht mehr ich hab nichts bestellt ich weiß nicht mehr was da geliefert wurde nein das ist das was ich meine leute weltrekord tatsache als ob er steht bei mir auch bei mir auch wir haben alle weltrekord wir haben alle weltrekord für mich also nehmt euch mal ein beispiel an mir oh mordano's tür das ist aber ein skandal wenn alle drücken dann haben wir wenigstens alle bronze die erbärmlich kann mexiko wieder chillen nein 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 oh oh gott oh gott ich habe mich so angekackt ja 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 oh ihr chillt es nein vor allen dingen alle sagen immer das klingelt bei mir so oft hier guck mal hier beim menu post oder gewinn post oder gewinn bitte scheiße auf die post ich will die ich will die post ich habe keine paket station bitte bitte junge warte das ist auch immer ätzend wenn die dann klingeln du musst halt hingehen weil wenn nicht muss es irgendwie 20 kilometer weit weg irgendwo in so einem laden abholen jetzt sterb doch bitte meine post nein ich warte da schon so lange drauf jetzt bitte der steht da ich sehe ihn gerade erstell nochmal bitte bitte warte doch jetzt sterb doch ich muss den knopf drücken hallo bitte er ist gar kein affe was glaube ich nein nein bitte kann ihm weil die ist umgefallen danke okay ja lauf bei dir lauf und ist er warum wartet er noch warum rennt er nicht sofort los ist weg nein nein ach der postbote ist weg was war das für ein trade junge wäre er eine minute später gekommen junge er tauscht die krone gegen gegen 20 kilometer hinfahren um die post abzuholen nein also ich komme jetzt nach oben ich komme ins frische oh warte mal ich muss mein meine fresse ist mit der anderen fresse da kollidiert ich fahr ich fahr mich nach unten da packe ich ganz selten die facecam hin meine damen und herren das soll mir nicht glauben ja also hier ist so ein typ der verfolgt mich die ganze zeit der wird doch gleich er mag dich oh es klingelt an der tür bitte tötet mich nicht bitte nein eine palette nein der sammelt den bogen und tötet paluten was war ich denn ach ich war detektiv oh der tut so er tut so nein ich habe da du ist es so nicht okay es ist ein typ mit heidingschein ja der hat weiße kleidung an so richtig helle und eine sonnenbrille sieht aus wie opa gandam style wo 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 da sieht man ihn der da im stil ja mann ich muss nicht mal da sein da gewinne ich direkt ja ich tötete wie wenn er noch was ist mir umzubringen ich tötete oder habe ich mir was leckeres zu essen bestellt das war immer geil wir hatten so viel spaß und wir haben auch tolles gemacht was passiert modado hat den mörder getötet das ist aber eben erst passiert ach amongas das war immer ich cool ich habe auch noch glaube ich zwei morgen als folgen auf auf lager die nie rausgekommen sind es noch nicht lange also ich habe zuletzt modado kann es nicht sein der ist auf alle fälle gerade etwas gewesen und hat hier die konsole da bedient ich habe den tisch die leiche lag bei der way in electrical okay das muss definitiv nach nach dem zweiten auto oder nach dem letzten auto jetzt passiert sein ich war immer so nervös manchmal bin ich einfach aus dem zimmer gegangen so sorry ich musste ganz kurz einmal schnell zur tür gehen ich würde sagen weil er gerade bei der tür was habe ich denn ich war bei der gemacht sorry okay dazu möchte ich jetzt ganz kurz sagen dafür konnte ich jetzt nichts also da wüsste ich auch nicht was ich jetzt ja aber das eine mal bin ich bin ich ja einfach so fake mäßig zur tür gegangen weil ich dachte einfach nicht dazu sein ist vielleicht ein gutes alibi ja ich weiß auch nicht wie es wärmer geht alter holt ich sag mal wer ist das ist es ist ein weihnachtsmann woanders aus als ob es klingelt an der tür ja was für ein mist die situation war so awkward ich dachte scheiße wenn der jetzt direkt schon vor der tür stehen junge da muss ich mich sofort instant umziehen stehe ich da so ja hallo guten tag entschuldigen sie was machen warum haben sie da so ein komisches kostüm an okay leute oh gott was nein was ist jetzt passiert ich muss mich ganz kurz mal umziehen oh genau da ist er wieder euer weihnachtsmann alter der geile nachtsmann so was jetzt hier los was ist denn passiert ich muss mich zurücksetzen ach komm bitte auf der richtigen seite jawohl verschieben und zwar kommt die wenn alles heute noch klappt hier in das zimmer oh das war gerade der zeitpunkt wo glaube ich peterle aus dem youtube house ausgezogen ist nein obwohl hier muss ich da das damals noch in köln in der wohnung eigentlich noch saugen und das ding ist muss es alles vor 22 uhr machen klingelt denn jetzt hier ja hallo ja hallo das ist ja geil alter jetzt seht ihr hier mein komplettes chaos ich stelle euch mal ganz kurz ab ja gut bisschen unordnung ist immer bei paletto das könnten nämlich das gehört einfach dazu für die küche das ist eigentlich alles gleich noch ja ja ist okay jetzt geht es an der tür ihr wollt mich doch farsch ich kann so nicht an die tür gehen doch mit der pilot ja ach guck mal das im hintergrund noch frau frau die bundeskanzlerin jetzt schönen guten tag ich mich gerade erschrocken okay dann gehe ich jetzt hier runter das ist ja ganz einfach die die geschichte hier oh es klingelt an der tür wenn jetzt sterbe bekommen das nicht mit aber ist egal was gefährlich was denn ist das ich war gerade so hart an der ecke okay pass auf ich schiebe ich schiebe schieben und klingelt dann natürlich jetzt steht es bei mir auch noch ich schiebe jetzt wie viele pakete hat der junge denn in der hand okay ich bleibe hier ich beobachte das und du machst das er läuft weg du schaffst das ich film es egal was passiert ich film es money und jetzt aber vor die ich muss nicht runter okay jetzt aber hingestellt dann hier ein paar gläserchen jetzt ich habe das gefühl das klinge bei mängel öfter als bei mir schon wieder jemand dann mal was ist denn los bei dir noch einer da muss ein nest sein bitte einfach hinlegen nein nicht hochkommen ja ja lixen 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 ich sehe es nicht ja gut ich ignoriere den jungen jetzt einfach wow da kenne ich nix minecraft sky als ob immer noch eines meiner absoluten lieblingsprojekte ich sage euch minecraft skies so geil das hat echt geschmerzt als viele das projekt leider verlassen haben und es dann auch leider irgendwann tot war hallo paluten guck mal ich habe den obsidian mitgebracht danke warum sagst du gar nix ach mein paluten bedankt sich einfach nicht der hast mich abgehoben warum paluten hast mich und warum entsteht hier kein gutes gemüse nach paluten bedankt du warst du warst du warst du warst eine bombe ich guck mal ganz kurz nach mal wie aufgeräumt mein schreibtisch da ist wenn ich das jetzt vergleiche dann muss ich kurz mal sorry lauder was ist es genau das was ich meine das aufregende leben eines youtubers ich habe mir nämlich so ein body gestellten wäsche kommt aus der Wäsche und so weiter reinpacken kann. Ja, perfekt!